Tod und die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Fülle des Lebens befreien. Segne dieses Zeichen, das für deinen Tod und für deine Auferstehung steht, für die Liebe, mit der du uns alle umfängst. Dieses Kreuz ist zugleich ein Zeichen des Sieges über Sünde und Tod. Stärke alle Menschen in dieser Pfarrgemeinde Sittasdorf-Sittarawas, die dieses Kreuz ehren, die von der Ferne auf das Kreuz schauen, im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Lass alle, die hier vorübergehen, Vorientierung finden und dem Schutz des gekreuzigten Erlösers geborgen sein. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Sehr geehrte und Signore im Frisch-Hospital, Dr. Mann. Kunächst. Sehr geehrte und Herr. Danke. Vielen Dank.